Nenningsregel, achte auf deine Atmung. Bei den meisten Übungen, vor allem wenn wir gesundheitsorientiert trainieren, sollten wir immer unter Belastung ausatmen. Das heißt, wir machen Bankdrücken mit der Kurzhahn zum Beispiel und dann legen wir los und dann wie ein Ventil nicht hochdrücken, Luft anhalten und oben ausdrücken, sondern wie ein Ventil. Wenn der Druck anfängt, dann Es gibt natürlich klar ein paar Regeln, wenn du ganz schwere Kniebeugen machst, ganz schweres Kreuzheben, dann wirst du zwischendurch die Luft anhalten, um Spannung im Körper aufzubauen. Das ist aber sicherlich für einen Anfänger und für jemanden, der rein gesundheitsorientiert trainiert, nicht ratsam, sondern das ist nur, wenn ich mit maximalen Gewichten arbeite. Dann ja ansonsten immer schön gleichmäßig unter Belastung ausatmen.